Seit ich Morris Fenderbaum gegründet habe, fragen mich unsere Kunden, welches wohl tolle Kombinationen von unseren Produkten sind, zum Beispiel für die Badreinigung. Dafür haben wir ein Paket entwickelt und als erstes packe ich einen kennzeichnungsfreien Kalkreiniger rein, der entfernt nur Kalk und nicht eure Haut. Gleichzeitig könnt ihr ihn bei der Arbeit zusehen. Dazu braucht ihr natürlich noch einen Badreiniger, da Geschwindigkeit wirklich alles ist, während er wirkt und in der Erfüllung eurer Bestellung. Für euer Finish braucht ihr noch einen Glasreiniger. Das ist ein sehr wirkintensives Hochkonzentrat, das ich euch noch in das Paket packe. Viel Spaß damit und ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal.